So Freunde, da sind wir wieder zu einer nächste Folge vom Scylla, wie sie wieder gestartet. Also die erste Insel habe ich schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ich bin jetzt gerade dabei, so gut wie es geht, alles hier zu machen. Haben die auch hier eine Säge? Ich glaube, die haben einfach noch alles, hier kann das sein. Doch, Steine ist auch wieder vorhanden, alter Schwede. Boah, leck mich doch, ey. Kann man nur machen. Stimmt, ich habe keinen Wein. Ich hoffe, weil das nicht so schlimm ist jetzt. Ich versuche die jetzt schon mal zu schwächen. Das ist jetzt schon mal zu spür. Ich versuche die Schlüsse hinzufinden. Ich versuche dich, dass immer so schlecht ist. Ich versuche die Schlüsse hinzufinden, das wird nicht so schlimm. Das ist ein guter Schlüsse hinzufinden. Ich versuche dich, dass sie hinnehmen können. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh fuck, die sind stärker, viel stärker. Oh je, oh je, oh Gott. Gut, wir konnten sie aber auf jeden Fall schwächen, das ist das gute, aber die haben시고 ne, Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, die haben ein Tempel. Die können einfach stärker werden. Das ist doch zum Kotzen. Brauche ich nicht. GG. Das ist doch gar nicht. Alter, ist das dein scheiß Ernst? Scheiße Neue. So eine habe ich aber schon mal, das ist gut. Aber der zweite ist halt... Der zweite ist echt ein fucking Problem. Ach Gott. Ach Gott. Ich glaube, grün werde ich dann doch nicht angreifen. So, jetzt so. Das stand der Dinger. Ach, das ist doch Mist. Hör auf. Ich hoffe, die werden jetzt hier nicht komplett weg angegriffen oder krieg ne Krise. Genau. Okay. Wir haben keinen Stein mehr oder? Doch haben wir noch. Alles gut. Ach ne, geht gar nicht. Ja, ihr hackt ja mal auf, hier zu arbeiten und kriegt ja jedes Mal eine scheiß Benachrichtigung. Aber die haben auch noch so viel Spitzhacken, Hammer, Schaufel, also die sind auch, also ich glaube die hier sind auch an ihre Grenzen gekommen. Ja, ist uns schon bewusst. Okay. Das war's. Ich denke mir nicht, dass die gelben jetzt aber auch irgendwie Dinge zu haben. Ich glaube, die können gar keinen Fortschritt haben, was jetzt Level und so angeht. Das können die gar nicht haben. Ich hoffe nur, dass die Steine halten. Aber ich muss nachdenken. Ach ja. 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 Sorry, dass ich jetzt gar nichts gemacht habe. Ich muss kurz was nachgucken. So. 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 Dann würde ich gerne das Startnetz. Noch nicht. So. 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 doch heilige einfach alles da drin das ist aber viel fisch was der antritt also ich würde theoretisch sogar gelb angreifen aber ich glaube die haben wir hinten doch noch irgendwie mehr zu verstecken als ich denke ich weiß nicht ob das so noch wo die Idee ist hoffentlich behalte ich nicht recht ja titel Das Ding ist halt einfach an, sonst ist hier nirgends was Stein. Oh ja, da wurde viel geliefert. Nicer, nicer. An Kohle und Gold. Oh man. Oh man. Oh man. Ja, sauber. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ja gut, ich glaub wir haben da unten ja auch so viel, oh Gott. ich glaube ich muss hier oben mal gucken, was ich da so mache, weil ich glaube, das ist hier ein bisschen, naja. Oh je, im Ernst? Ich brauche jetzt heute ein Handelsschiff. Ab dafür! Oh Gott, wie viel Holz und Fisch da kommt, ach du meine Güte. Fisch ist ja nice. Alter! Die Bienen sind überfüllt von Futter, holy shit! Oh mein Gott! Okay, das könnte natürlich jetzt ein kleineres Problem werden, wie da alles überfüllt ist. Oh shit! Oh shit! Oh je, wir haben keinen Stein unten. Oh je, da kommt gleich eine ganze Ladung Neuse an. Oh je, oh je, oh je. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gut, jetzt habe ich ein beschisseneres Problem, ich habe mir überhaupt keinen Platz mehr auf dieser Insel, holy shit, Alter. Verdammte Kacke. Oha! Ach, Steine können nicht rübertransformiert werden, oder wie? LOL! Das wusste ich gar nicht. Verdammt! I don't... Was ist... Handelschiff ist fertig. Ich... Holy fuck this shit. Aber das ändert jetzt nichts dran, oder? Ich hoffe. 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 Jetzt kommen wir tatsächlich doch nochmal in die Nähe von, äh, von den Dingen hier. Äh, manu, manu, manu. Scheiße, die sind voll. Fuck! Wir besuchen mal, wir statten mal einen Besuch ab. So, erobert Freunde. Da die jetzt in meinem Territorium sind, ist das natürlich eine schlechte Idee von denen. Und der kann hier nicht weg, weil der auf einer kleinen, einsamen Insel ist, oder was? Ja, sieh, ey. So, schon haben wir hier, die zweite Insel in der Schlagdistanz. Oh, jeh, ey. Ja. Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Okay, so, wir werden wieder weg. Und dem, der Hacker, aber auch, äh. Axt, und da kommt aber keine Spitzacke. Warum kommt da keine Spitzacke? Doch, da liegt sie doch. So, ihr. Dahin. Ich denke mal, das ist so einer der Missionen, wo ich mir so sage, die ist echt nicht so geil. Weil da musst du echt so viel über dem Meer und so machen und das ist schon echt, boah, ätzend, ey. Aber was soll's, was soll's, was soll's, man macht ja, man versucht ja sein Bestes hier, ne? Also das ist ja, man versucht ja sein Bestes. So, direkt im Griff? Let's go. Oh je. Das sind nicht so viele, wie man das jetzt so denkt. Das sind echt nicht so viele, wie man denkt. Hä, hat der jetzt nicht, der hat doch ne Axt gebracht. Ist die jetzt ernsthaft? Ist das jetzt ernsthaft, nur weil da grün ist? Ist das dein scheiß Ernst jetzt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hey, da sind doch so viele Axtapes, what the fuck? Das ist ja nicht so, als ob da eine Spitze da schon liegt. Und da extra war. Und da extra war. Ich muss leider tatsächlich nicht, glaub ich, einen zweiten Baum. Ja, da ist es gut. Toll, jetzt liegt die Axt dabei im Wasser. Hier ist das super. Und da ist das super. Okay. 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 Ich sag tschüss. Schau dran. Bis zum nächsten Folge folgen. Siedler 3 in der nächste Folge wird wahrscheinlich dann die Schlacht zwischen Gelb und Mir stattfinden. Beziehungsweise Orange und Mir stattfinden. Gelb ist ja schon down. Und dann die entscheidende Schlacht vielleicht der übernächsten Folge gegen Grün, die jetzt nicht stark sind. Ich sag tschüss. Schau dran. Wiedersehen. Bis zum nächsten Folge. Siedler. Haut rein. Tschüss.